Also eine Funktion bei Joinen ist es, die Anrufe direkt aus der Kontaktliste im Telefonbuch zu starten. Das heißt, ich kann einen ganz normalen Anruf machen, den ich hier aufbaue. Hier in meinem Telefon jetzt gerade rufe ich Miriam an, das ist das Telefon dort drüben. Ich gehe ganz normal drauf und baue einen ganz normalen Mobile Call auf. Jetzt wird hier schon geguckt, während der Anruf sich noch aufbaut, gibt es einen Joinen Service. Jetzt kann sie den Anruf annehmen, drüben. Und damit startet das Telefon. Ich habe jetzt einen ganz normalen Anruf und jetzt sehe ich hier die Funktionalität. Das heißt, Kamera oder Fileshare, ich kann jetzt alles während des ganz normalen Anrufs machen. Das heißt, ich schalte jetzt einfach mal die Kamera hinzu, weil ich ihr jetzt im Prinzip auf der anderen Seite etwas zeigen möchte. Jetzt muss ich noch annehmen, sagt, okay, alles klar, ich akzeptiere die Kameraverbindung. Und ab dem Moment, können Sie mal rüber gehen, zeigt sich quasi in Ihrem Display, wie wir uns gerade noch unterhalten. Also das ist im Prinzip die Funktion, dass ich per Datenverbindung zum normalen Anruf die Kamera hinzuschalten kann. Das ist aber nicht nur die Kamera, die hinzugeschaltet werden kann. Es kann genauso noch zum Beispiel eine Datei versendet werden. Und alle Joint-Funktionalitäten eigentlich während des ganz normalen Anrufs durchgeführt werden.